Grüß Gott und herzlich willkommen. Wir sind bei Max Otte, Professor Dr. Max Otte. Er ist Wissenschaftler, Buchautor, Investor, Finanzexperte, Unternehmer und ich würde sagen ein Homopolitikus. Jemand, der sich in der Politik nicht nur getummelt hat, beraten hat, der unterwegs war in der Politik und unterwegs ist in der Politik, sondern der auch heute mit wachem Verstand die Politik beobachtet und auch selber mitgestalten möchte in der Politik. Lieber Professor Otte, die Bundesrepublik Deutschland, 1949 gegründet. Das Grundgesetz wurde in Bonn verkündet. Konrad Adenauer hat diese, wie man damals gesagt hat, rheinische Republik oder von Bonn aus regierte Republik sehr geprägt. Er hat die CDU sehr geprägt. Er ist mit einer Stimme Mehrheit mit seiner eigenen zum Kanzler gewählt worden. Er war jemand, der für Werte stand. Er hat sich nicht an Umfragen orientiert, sondern an Wertekonzepten orientiert. Die Bundeswehr hätte es nie gegeben, wenn man sich damals umgehört hat. Und die soziale Marktwirtschaft hätte es auch nicht gegeben, wenn er auf die Umfragewerte gehört hätte oder wenn er nach Bayern geguckt hätte. Die Bayern waren ja dagegen und das wollen wir eigentlich nicht haben. Wenn Sie als Mitte-50-Jähriger sich zurückerinnern, können Sie sich natürlich nicht an die Gründungsjahre der Bundesrepublik zurückerinnern aus eigener Erfahrung, aber Sie haben sich intensiv damit befasst. Was fällt Ihnen ein? Was prägte Sie im Blick auf die Bundesrepublik Deutschland und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, auch mit der Christlich-Demokratischen Union? Also irgendwie bin ich an den Glanzjahren der Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen, wenn man das so sagen darf. Es wäre natürlich für einige heutzutage schon, wir leben im besten Deutschland aller Zeiten, hört man ja mal gelegentlich von Leuten, die die Ämter innehaben. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich in einer wirklich behüteten und guten Zeit aufgewachsen bin. Es gab einerseits den Kalten Krieg, der war auch schon als Kind für uns präsent, würde ich sagen. Also diese Bedrohung durch den Kommunismus, die war real. Es gab ja auch die Mauer, es gab die innerdeutsche Grenze, das war das eine. Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Stabilität. Zur Erklärung für die, die das nicht erlebt haben, Kalter Krieg, das war sozusagen diese ständige Bedrohung der beiden Machtblöcke auf der Welt. Kommunismus und Freiheit. Man wusste, dass drüben eben die Sozialisten waren, die Kommunisten, dass da ein eiserner Vorhang war, dass also die Freiheit sehr stark eingeschränkt oder abgeschafft war. Es flogen auch die Starfighter da und die übten, ab und zu stürzte mal einer ab. Also diese militärische Komponente war sehr präsent. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat diese Situation auch und die Schöpfung der Bundesrepublik auch durch Konrad Adenauer Stabilität geschafft. Wir lebten in einer wirklich stabilen Oase. Dadurch, dass diese feste Einbindung war in die NATO, die ich heute nicht mehr unbedingt so sehe, weil sich die ganzen Dinge geändert haben. Aber damals war diese Blockbildung auch stabilitätsfördernd in gewisser Weise und die Bundesrepublik konnte sich quasi in Konzentration auf sich selbst entwickeln. Man hatte einen Teil der Verteidigung delegiert. Man stand mit der großen Landarmee bereint, aber ansonsten konnte man sich auf den sozialen Ausbau, auf das Kulturelle, auf das Wirtschaftliche konzentrieren. Und das waren natürlich Jahrzehnte des Aufschwungs, der Stabilität. In den 50ern ging es irgendwann so richtig los. Die habe ich natürlich nicht miterlebt. Das Ende der 60er habe ich miterlebt. Sehr bescheidene Anfänge. Die 70er, so der Höhepunkt. Helmut Schmidt, der natürlich dann auch die sozialliberale Koalition, die die lange regierende Christdemokratie abgelöst hat. Und 76 dann der Wahlkampf. Freiheit statt Sozialismus der CDU. Die kam natürlich nicht gegen Modell Deutschland von Helmut Schmidt an, weil Deutschland auf dem Höhepunkt seiner Nachkriegsentwicklung war. Soziale Stabilität mit einem Gehalt konnte man die Familie ernähren, in den Urlaub fahren, hatte sein Auto, sein Häuschen. Das gibt es ja heute immer weniger. Also diese Mittelschicht, die schrumpft ja. Und es waren schöne Jahre. Sie waren vielleicht etwas beengt manchmal, etwas nivelliert auch, etwas klein. Aber letztlich haben sie auch viel Freiheit für die innere Entwicklung gegeben, für die Entwicklung. Das sind meine unmittelbaren Erinnerungen an die Zeit in der Bundesrepublik, in der ich aufgewachsen bin. Und wenn man sich vorstellt, ein Plakat im Wahlkampf Willy Brandt, Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land, mit der deutschen Flagge, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es solche Plakate gibt. Ja, ich hoffe, dass es die mal wieder gibt. Ich arbeite dran, auch mit dem neuen Hambacher Fest, was ja auch breit diffamiert wird von den Mainstream-Medien, wo wir einfach nur die positiven demokratischen deutschen Traditionen hochhalten. Das kann man ja auch im Netz nachlesen, neues-hambacher-fest.de, wo wir die Originalreden zitieren, der Gründer des Fest, der Initiatoren, wo wir die Demokratie feiern und trotzdem werden wir diffamiert. Also das sind schon komische Zeiten. Warum wird man eigentlich diffamiert, wenn man an das erinnert, was gut läuft? Es gibt zwei Gründe. Einmal wollen die Supermächte nicht, dass Deutschland und auch Frankreich nicht, dass Deutschland zu selbstbewusst wird. Das ist ganz klares geopolitisches Kalkül. Man will nicht, dass wir unsere Tradition wiederentdecken. Denn wir haben natürlich unglaublich viel Positives neben den schrecklichen zwölf Jahren, die man nicht verleugnen darf, die immer dableiben werden. Aber es ist einerseits tatsächlich das geopolitische Interesse Frankreichs. Die EU in der jetzigen Form ist ein französisches Konstrukt, ganz nach französischem, ein französischer Maßanzug, möchte ich sagen, nach französischem Maßen geschneidert. Wir haben eine schwache Diplomatie gehabt und auch die USA würden sich ein zu selbstbewusstes Deutschland vielleicht gar nicht so wirklich wünschen. Sie sagen zwar immer, sie wollen das, aber Trump hat es gesagt und der ist dafür in die Wüste geschickt worden. Man darf ja nicht so viel über diese Wahl spekulieren, das ist ja verboten. Aber das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir natürlich einen Kulturkampf haben. Also dass wirklich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, auch in den USA, auch in Frankreich, Tradition, Historie, gewachsene Strukturen angegriffen werden. Vom Ökosozialismus, wie auch immer ich das nennen mag, vom Globalismus darf man auch nicht sagen. Aber es gibt schon Interessenkonvergenzen zwischen Finanzkapitalismus und Ökosozialismus. In den Großkonzernen habe ich ja auch letztlich Funktionäre am Hebel und keine Unternehmer. Also die letztlich die Traditionen, die uns einzigartig machen, zerstören wollen, damit wir schöne, genormte Konsumenten werden und dass man quasi da eine Spielwiese hat für einen enthemmten Kapitalismus. Das heißt, es gibt eine Angst bestimmter Gruppierungen, die vielleicht was anderes als eine freiheitliche Demokratie wollen, vor dem freien Austausch von wirklichen Argumenten. Denn wer Argumente hat, wer Argumente wirklich hat und wirkliche Argumente auch wirklich hat, der braucht ja keine Angst zu haben vor der Debatte. Also ich habe in den 70er Jahren studiert, wir haben heftig diskutiert, aber uns gegenseitig nicht die Köpfe eingeschlagen und dem anderen nicht verboten. Ein Vordenker der Aufklärung hat ja mal gesagt, Voltaire, solange ich lebe, werde ich deine Meinung bekämpfen, aber ich werde noch mehr dafür kämpfen, dass du sie sagen kannst. Sind wir in Deutschland inzwischen hinter diesen Vordenker der Aufklärung zurückgefallen? Ja, wir sind in einem postaufklärerischen Zeitalter. Das haben ja auch verschiedene vorhergesagt. Also ich denke an den Kulturphilosophen Oswald Spengler, mit dem ich mich immer mal wieder beschäftige. Also Kulturpessimismus ist ja auch was ganz Verpöntes. Aber man darf schon mal die Frage stellen, ob alles immer besser wird oder ob wir in manchen Dingen auch Rückschritte erleiden. Und die Menschheitsgeschichte ist immer geprägt von Fortschritten und Rückschritten. Also dieser Glaube, das ist ja fast ein religiöser Glaube, dass alles immer besser wird und das ist schöner und schneller und immer klüger. So ist der Mensch nicht. Also das ist dann die menschliche Existenz doch sehr begrenzt. Das wissen wir als Christen auch tief drin, aber man kann es ja auch wissenschaftlich nachweisen, dass unser Gehirn sehr viele Lücken hat und sehr lückenhaft funktioniert. Also das eine ist, dass wir im freien Diskurs zurückgefallen sind. Das andere ist aber auch der Wunsch, gewachsene Strukturen zu zerstören. Nicht alles kann ich argumentativ bis ins Letzte belegen. Also wenn es gewisse gesellschaftliche Strukturen gibt, die haben ihren Sinn, die haben sich entwickelt. Die sollen aber zerlegt werden. Also zum Beispiel der Kampf gegen die Kirche. Da gibt es natürlich Missbrauchsfälle, die gibt es aber woanders auch. Deswegen ist aber die Kirche nicht obsolet. Im Gegenteil, die braucht man mehr als früher. Wir brauchen Institutionen im Dorf. Also Institutionen sind eben keine reinen rationalen Konstrukte. Sie haben ihren Sinn, ihren Zweck, aber sie haben sich entwickelt aus der Praxis heraus und sind sozusagen evolutorisch entstanden. Und es ist nicht nur der Wille, in diesem Kulturkampf die Freiheit der Debatte zu unterdrücken, sondern auch die Institutionen zu zerschlagen, sodass wir alle gleich sind, quasi als atomisierte Masse daher wabern. Dann kann man uns natürlich leichter beeinflussen. Angst vor dem Dialog, Angst vor der Argumentation, vor dem Austausch von Gedanken, so heißt es immer wieder, so sagen auch Systemtheoretiker, ist eigentlich ein Zeichen von diktatorischen Mechanismen. Das darf man natürlich auch nicht sagen in Deutschland. Ich habe es mehrfach gesagt, ich kriege auch dafür meinen Druck ab. Wie haben Sie das begründet? Wie haben Sie diese Aussage begründet und gesagt, ja, Sie haben schon mehrfach gesagt, das wollte ich darauf hinaus, Sie haben mehrfach gesagt, es gibt diktatorische Züge in unserer Gesellschaft. Wenn Wahlen rückgängig gemacht werden, wie in Thüringen, wo ein FDP-Ministerpräsident mit den Stimmen einer verpönten, aber gewählten und legitimierten Partei gewählt wurde, wenn dann eine Kanzlerin zum Telefon greift, Druck ausübt und das rückgängig macht und das vorher auch so gesagt hat, dass sie es rückgängig macht, dann ist das für mich unerhört. Diese Frau ist für mich keine Demokratin. Und wenn wir eine Art Politbüro hatten vor der nochmaligen Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes, wo also quasi die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten entscheiden als Politbüro, das ist es ja, dann hat das schon sehr viel Diktatorisches. Wenn Meinungen niedergebrüllt werden, die Presse hat ja heute ganz andere Funktionen als früher. Die Presse ist, ich habe gerade wieder ein großes Mainstream-Medium auf meiner Fährte, die werden mich framen, die werden mir wieder Dinge um die Ohren hauen, das ist völlig egal, ich werde gar nicht gehört. Dann wird also im Prinzip was in die Welt gesetzt, ein Narrativ. Man hat es gut bei Trump gesehen, als der gewählt wurde, ging zwei Jahre lang, haben alle mit einem Russland-Verschwörungshochs auf ihn eingedroschen, der sich als nichts herausstellte. Es wurde eine Riesenuntersuchung inszeniert mit Hunderten von Vernehmungen, Hausdurchsuchungen, nichts dabei kam heraus. Aber das hat man nicht mehr gehört. Aber das sind ja Machtstrukturen. Also es gibt natürlich auf der einen Seite die gewählten Vertreter, es gibt Lobbys, es gibt die Parteien und die Machtstrukturen haben sich schon sehr weit entfernt. Vor zehn Jahren konnte man das sehr laut und deutlich sagen, hat viel Beifall bekommen von den Linken, von den Sozialdemokraten. Heute sind die still. Sind die Machtstrukturen näher an den Menschen gerückt? Nein, sind sie nicht. Sie sind auch mächtiger geworden. Aber wenn man jetzt was sagt, wird man dafür dann diffamiert. Dann gilt man als V-Theoretiker. Als V-Theoretiker. Vielleicht ist der Vorwurf der Verschwörungstheorie in alle möglichen Richtungen, vor allen Dingen in Richtungen, wo kritisch nachgefragt wird, die größte Verschwörungstheorie. Ein Parteifreund von mir, der Landesvorsitzende in Thüringen der Werteunion, sagte mir kürzlich noch, er sei kein Verschwörungstheoretiker, er sei Verschwörungsdiagnostiker. Der Mann ist auch Arzt, der sagt, es gibt doch immer irgendwelche Kungeleien und wir müssen die aufdecken. Also wir sehen es doch jetzt wieder bei den Maskendeals, wie stark der Lobbyismus ist. Dass Politik sich um Macht dreht, dass Macht missbraucht werden kann, dass Macht missbraucht wird, ist ein ewiger Bestandteil der Art und Weise, wie wir Menschen funktionieren. Man kann da nur mit Verantwortung gegenhalten. Man kann versuchen, das zurechtzurücken, aber das macht korrumpiert und absolute Macht absolut korrumpiert. Das sagte schon Lord Acton. Wenn wir jetzt nochmal den Fokus auf die christlich-demokratische Union versuchen zu richten. Wir haben Adenauer schon erwähnt, soziale Marktwirtschaft, Erhard, Ludwig Erhard. Sie haben gerade eine langjährige Vorsitzende der CDU erwähnt und gesagt, sie ist keine Demokratin. Hätte Adenauer, hätte Ludwig Erhard heute eine Chance in der CDU? Also bei Adenauer, er hat ja auch noch diese Nach-Weltkrieg-II-Zuständige, er war ja auch nicht immer demokratisch. Er hat auch ganz schön getrickst zwischendurch mal, aber letztlich hat er natürlich ein demokratisches Staatswesen aufgebaut, hat das an Werten orientiert und nicht am reinen Machterhalt, wie es unsere jetzige Kanzlerin anscheinend macht. In der jetzigen CDU, da wären sie nicht mehr zu Hause. Da würden sie vielleicht noch geduldet, wenn sie sich nicht einmischen. Aber ich meine, die 50er waren natürlich noch eine ganz andere Zeit. Ich glaube, Frauen durften ab 60 oder 61 ein eigenes Bankkonto führen. Das muss man sich mal überlegen. Also in Frankreich erst ab 70, 71. Also es war natürlich noch eine stark von Nicht-Gleichberechtigung geprägte Gesellschaft. Es gab ja sogar eine sogenannte Adenauer-Restauration. Also es wurde ja zum Teil sogar für der Rechte einkassiert, die es im Dritten Reich schon für die Frauen gegeben hatte. Also das ist auch kein direkter Fortschritt. Auch da gibt es natürlich Fortschritt und Rückschritt. Aber letztlich, Konrad Adenauer, man muss sich schon ein paar der Zeitumstände wegdenken, weil sich die Welt eben verändert hat. Aber mit seinem unbedingten Glauben, mit seinen bürgerlichen Werten, ich glaube, er würde sich nicht sehr gut mit Markus Söder verstehen und auch nicht sehr gut mit Angela Merkel. Angela Merkel haben Sie jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Es ist aufgefallen, wenigstens einigen Leuten, dass sie damals bei der Wahl, die Sie auch erwähnt haben, in Thüringen, ich glaube, aus Südafrika angerufen hat und gesagt hat, das muss rückgängig gemacht werden. Was dann auch brav gemacht wurde, gehorsamst. Sie hat aber, nachdem viele antisemitische und Judenhass-Demonstrationen, Äußerungen in Deutschland im Frühjahr des Jahres 2021 auf den Straßen zu sehen waren, geschwiegen. Oder haben Sie da irgendeine klare Aussage von Frau Merkel gehört, der Kanzlerin? Warum? Jetzt beißend oder jetzt knallen zwei große Konfliktlinien aufeinander. Einerseits die Verpflichtung der Deutschen für Israel, für jüdisches Leben zu schützen und zu bewahren. Andererseits diese Migrationsagenda, die sie ja nun wirklich befördert hat, die übrigens auch im Interesse der Großkonzerne ist. Also ich sage es nochmal, Migration und Kulturkampf und Finanzkapitalismus schließen sich überhaupt nicht aus. Das geht einander, denn wenn ich eine bunt durchmischte Bevölkerung mit wenig Traditionen haben kann, habe ich leichteres Spiel mit den Konsumenten. Ich kann auch die Leute leichter in meine Arbeitsprozesse eingliedern, in gewisser Weise, wenn ich vollautomatisierte, computergestützte Serviceprozesse habe. Ich muss sie nicht mehr so hoch ausbilden. Ich baue die ganze Wirtschaft um. Also diese Migrationsagenda und die Agenda eines großen Teils der modernen Konzerne, die ist gar nicht so inkompatibel, möchte ich sagen. Aber nachdem sie nun all das befördert hat und natürlich viele Judenhasser ins Land geholt hat, auch viele Potenzielle und etliche tatsächliche Terroristen, hat sie das gemacht, was sie bislang immer das Überleben gesichert hat. Sie hat ausgeschwiegen, ausgesessen, ist abgetaucht. Das bringt mich jetzt natürlich auf die Schiene nochmal nachzufragen, für welche Werte steht eigentlich die Union? Das ist jetzt natürlich bewusst ein Wortspiel, Werteunion, da sind Sie sehr engagiert. Für welche Werte stand die Union? Für welche Werte steht sie nicht mehr? Für welche Werte steht sie heute? Und für welche müsste sie eigentlich stehen? Das ist etwas komplexer, weil natürlich sie stand für bestimmte Werte, das kann ich beschreiben. Aber die Welt hat sich seitdem auch ein bisschen verändert. Also wenn wir jetzt zur Union von 55 oder 65 oder auch von 75 zurückkehren, was viele wollen, wäre das auch nicht richtig. Aber wofür stand sie? Sie war nun wirklich die, nach der SPD, die aber eine klare Klassenpartei war, die älteste noch bestehende Partei, die klar eine Arbeiterpartei war, war die CDU wirklich eine integrative Volkspartei, die es geschafft hat, von sehr konservativ bis sehr sozial die Menschen, Unternehmerflügel, Arbeitnehmerflügel, die Menschen zusammenzuführen in diesem Erfolgsmodell Bundesrepublik. Sie stand für Glauben, sie stand für Bürgerlichkeit, für Tradition, aber für kein unbedingtes Festhalten an der Tradition, sondern auch für schrittweises Modernisieren. Aber gerade im sozialen Bereich hat sie sehr integrativ gewirkt, indem tatsächlich Unternehmer, Arbeitnehmer, Mittelständler, all das hatte da seinen Platz. Bei der FDP wusste man, das war eher für die Mittelständler und die Apotheker und bei der SPD wusste man, das war eher Arbeiter. Und die CDU hat aber für alle einen Platz gehabt, war also wirtschaftlich wirklich inklusive, wie man heute sagen würde. Echte Volkspartei. Echte Volkspartei in der Hinsicht, allerdings mit dem Anspruch, Traditionen zu pflegen, bürgerliche Traditionen, Glaubenstraditionen, sie auch zu schützen, Ehe und Familie zu schützen im traditionellen Sinne, dass auch im außenpolitischen Sinne den außenpolitischen Konsens der alten Bundesrepublik Deutschland, Westintegration, NATO, Aussöhnung mit Frankreich. Und was hat sich, ich meine die CDU heute, Frau Merkel hat sie erst sozialdemokratisiert, das hat geklappt, sie hat ja die Sozialdemokratie ziemlich dezimiert, aber jetzt ist ein Teil aus der Sozialdemokratie zur AfD abgewandert, ein erklecklicher Teil, gerade im Osten, aber auch die Linken zum Teil. Und jetzt versucht sie aus der CDU eine grüne Partei zu machen, eine ökosozialistische Partei, das wird nicht funktionieren, denn da gibt es ein Original, das heißt die Grünen. Original klingt jetzt positiv, für mich ist das ganz fürchterlich, was da abgeht. Man kann es auch in wenigen Worten gar nicht so beschreiben. Die Wirtschaft soll auf einen Kontroll- und Verbotsstaat, in dem der Einzelne dann wirklich nicht mehr viel hat und umgebaut wird. Das ist aber Kommunismus dann. Ja, unter neuem grüner Kommunismus und unter neuem Gewand oder wie auch immer man das nennen will und mag. Auch das will Frau Merkel, sie kommt ja aus einem solchen Staat. Also das ist anscheinend ihr Ziel. Sie hat mal durch die Blume angedeutet, dass sie sich durchaus wünscht, dass die nächste Partei einen ökologischen Schwerpunkt hat im Kanzleramt. Das kann eigentlich, ja. Interessanter Hinweis, ja. Ja, war jetzt vor ein paar Tagen, dass sie das tatsächlich deutlich gesagt hat. Also die moderne CDU kann darauf hinweisen, dass wir Deutschen schon immer nachhaltiger gewirtschaftet haben als die Franzosen, als die Engländer, als die Amerikaner, weil wir mit relativ wenig Ressourcen viele Menschen auf engem Raum auskommen mussten. Die USA hatten ihren großen Raum, Russland auch. Frankreich, England hatten Kolonien. Die haben wirklich sehr viel Ressourcen verschwenderischer gearbeitet als die Deutschen. Also Umwelttechnik war eigentlich ein deutsches Stärke. Da haben wir Stärken, auf die können wir aufbauen. Wir hatten auch die sauberste Atomenergie, glaube ich. Die sollte man dringend wieder aktivieren. Auch da gibt es mittlerweile neue Entwicklungen, noch bessere Reaktoren, sichere Reaktoren, ganz neue Techniken. Aber es haben sich zwei Dinge geändert in dieser neuen Welt. Die Mittelschicht ist noch weiter geschrumpft. Also diejenigen, die selbstständig von eigener Arbeit leben, ob es der Bäcker ist, der Metzger, der Arzt, auch der Jurist, all das geht immer mehr in größere Einheiten. Das heißt, wir haben weniger selbstständige, weniger klassische Mittelschicht. Die Mittelschicht ist auch relativ armer geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist ein wichtiges Thema. Also das soziale Thema gewinnt an Bedeutung. Und das andere ist, dass sich die Welt verändert hat. Dass natürlich die Situation, die wir nach dem Krieg hatten, mit einem Westen, einem Osten sich verändert hat. Man versucht zwar neue Feindbilder zu konstruieren, aber die Welt ist unübersichtlicher geworden. Das heißt, Deutschland muss wieder mehr versuchen, auch Eigeninteressen zu definieren. Da können wir vielleicht auch nicht ganz zurück zur alten CDU, aber das sind sehr schwierige Prozesse. Aber im Moment ist die CDU auf dem Weg zu einer Funktionärspartei, auf dem Weg auch zu einer ökosozialistischen Partei. Und das macht mir wirklich Angst und Sorge. Wenn man Ihnen zuhört, kann man unschwer feststellen, dass Sie im Grunde genommen auch nicht richtig wissen, wofür die CDU eigentlich heute steht. Die Christlich-Demokratische Union. Da gibt es die Werteunion. Kann die was bewirken in dieser CDU? Und was? Zunächst einmal bin ich froh, dass es uns gibt. Mit 4.000 Mitgliedern sind wir gerade mal 2 Prozent oder so der Mitgliederschaft. Das ist nicht viel, aber es ist trotzdem wahrnehmbar und es ist ein Anfang. Zunächst einmal weiß man, aha, es gibt eine gute Zahl, die sich trauen zu sagen, das ist nicht die CDU, die wir uns wünschen. Wir wünschen uns eine andere CDU. Auch Mitglieder der Werteunion werden ja diffamiert. Ich habe schon von einigen Parteigliederungen gehört, die als Ausschlussgrund mittlerweile angeben oder Nichtaufnahmegrund angeben, Mitgliedschaft in der Werteunion. Soviel zur Demokratie und Dialogfähigkeit. Das ist totalitär. Das ist ja diese Cancel Culture, also dieses sich füreinander verweigern und das, was Alexis de Tocqueville die Tyrannei der Mehrheit nannte. Also wenn die Mehrheit natürlich sagt, ich schließe dich Minderheit vom Dialog aus, dann kann sie herrschen, dann kann sie auch die Minderheit unterbuttern. Genau das darf ja nicht eigentlich passieren. Also von daher werden wir wahrgenommen als Werteunion. Was sie verändern kann, wird sich zeigen. Es ist wichtig, dass es uns gibt. Ich will da nicht zu viel Optimismus verbreiten. Ich kriege auch immer wieder zu hören, die CDU ist durch und durch reformunfähig. Geht doch raus. Nein, wir sind integraler Bestandteil der CDU. Das werden wir bleiben. Und ich werde in der CDU bleiben, bis man mich, ob meiner Meinung, vielleicht nicht mehr haben will. Kann ja auch passieren. Aber den Gefallen rauszugehen, werde ich keinem tun. Denn ich glaube, dass ich sehr legitimes Bleiberecht habe in dieser geistigen Heimat. Auch wenn sich die geistige Heimat, vielleicht wenn die etwas sich verschoben hat. Aber ich stehe noch da, wo ich stehe. Und wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. Es kann ja wirklich in diesem Land knüppeldick kommen. Und dann ist es wichtig, dass da ein Kristallisationspunkt ist von Konservativen, die auch die Werte der CDU vertreten, so wie ich sie in meinem Elternhaus aufgesogen. Also Sie sagen im Prinzip, dass die liberal-konservativen noch gebraucht werden, dass sie notwendig sind. Und dass sie im Grunde genommen, wie das ja auch schon mal formuliert worden ist, nicht rechtfertigen müssen für das, was sich bewährt hat, sondern das Neue muss sich rechtfertigen, dass es besser ist, als das Bewährte. So gesehen ist ja das konservativ, das liberal-konservative Denken. Und das sind ja auch die drei Wurzeln der CDU. Liberal, konservativ und sozial. Drei Wurzeln eines einzigen Baumes. Und nicht drei Bäume nebeneinander, wie es Frau Merkel mal versucht hat zu beschreiben. Wir sind mal konservativ, mal liberal und mal sozial. Dass also dieses Konservative im Grunde genommen eigentlich etwas zukunftssicheres ist und zukunftszugewandtes ist, etwas Progressives könnte man platt sagen, wobei die Begriffe ja alle nicht stimmen. Würden Sie dann sagen, dass es dann auch etwas nachhaltig Zukunftsorientiertes sein kann und dass man das noch brauchen wird in diesem Land, auch wenn es nicht knüppeldick kommt. Und die letzte Frage, die ich damit verbinde, sieht sich Max Otte als Pessimist, kann man glaube ich nicht sagen, als Optimist, weiß ich auch nicht, Realist oder realistischer Optimist oder optimistischer Realist. Dass ein großer Bedarf nach Orientierung ist, auch nach Wurzeln, das sieht man in dem Riesenerfolg, den der YouTube-Star Jordan Peterson gehabt hat, der Psychologe aus Kanada, er war ja zwischendurch schwer krank, ist jetzt wieder da, ganz tolles Buch geschrieben, Twelve Rules for Life, also ein wirklich psychologisch, empirisch, wissenschaftlich begründeter Konservatismus, der aber offen ist für Neues und der eine Riesenresonanz hat, auch von den Medien erst runtergeschrieben wurde. Man hat versucht, ihn auch kleinzureden, das hat nicht geklappt. Also er hat Recht behalten und was er da beschreibt, ist alles faszinierend zu lesen und man hat das Gefühl als Leser, ja, das trifft auch mich. Ich glaube, nur wer seine Wurzeln kennt, kann die Zukunft gestalten und auch nur wer die Wurzeln kennt, kann standhaft sein. Und von daher ist es ganz wichtig, seine Wurzeln zu kennen und das, was jetzt passiert, auch zu verorten. Und es schafft ja auch eine gewisse emotionale Immunisierung. Also wenn ich mir sehe, wie die Grundrechte abgeschafft werden, wie wir mit Maske rumlaufen bei einer ausgerufenen Pandemie, bei der aber nicht mehr Menschen gestorben sind als die letzten Jahre zuvor, was ja jeder nachlesen kann beim Statistischen Bundesamt, dann fasst man sich schon einen Kopf und denkt, wo sind wir jetzt? Aber wenn man dann sieht, dass in der Vergangenheit solche Dinge immer mal wieder passiert sind, dass die Menschheit immer mal wieder durchgedreht ist, dann schafft das gewisse Standfestigkeit, auch eine gewisse Vogelperspektive. Und bin ich Pessimist, Optimist, Realist? Ich bin, glaube ich, zuversichtlicher Realist. Aber das Realistentum oder der Realismus schließt eins zu sagen, dass die Welt manchmal fürchterlich sein kann, dass Menschen fürchterlich sein können, dass Menschen den Menschen Wölfe sein können, wie jetzt Hobbes gesagt hätte. Also dass wir uns die Welt auch fürchterlich machen können, dass es solche Rückfälle wie im Dritten Reich, nicht identisch, aber dass es irgendwelche Rückfälle in die Barbarei immer wieder geben kann, dass also da zwischen der Zivilisation und dem, was drunter ist, oftmals nur eine kleine Schicht ist. Also das weiß der konservative Realist einfach. Und deswegen ist er dankbar dafür, für das, was da ist, und versucht zuversichtlich, die Zukunft zu gestalten. Sie würden sagen, wach bleiben, aufmerksam bleiben und sich zu Wort melden. Ja, und sich nicht die Taschen vorlügen dabei, sondern gucken, was Sache ist und dann aber trotzdem versuchen, das Richtige zu tun. Das ist so ein schöner Spruch, sich die Taschen nicht vorlügen. Ich habe noch keinen gefunden, der mir erklären kann, wie das geht, dass man sich in die Taschen lügt. Aber das ist so ein schöner Spruch. Wir wissen alle, was Sie gemeint haben. Vielen Dank, Herr Otte, für dieses Gespräch über Bundesrepublik Deutschland, über die christlich-demokratische Union, über die CDU, über die Werteunion, über die Zukunft unseres Landes, aus dem, glaube ich, sehr deutlich wurde, dass es sich lohnt, sich für die Zukunft zu engagieren und dass wir alle den Mut brauchen, der Zukunft entgegengewandt zu sein. Es gibt diesen wunderbaren afrikanischen Spruch, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Das muss man vielleicht in Deutschland gelegentlich lernen, vielleicht auch in der CDU. Und deshalb sollten wir mehr uns auf die Sonne ausrichten und weniger auf die Schatten. Vielleicht macht das auch frei zum Dialog, zur Demokratie und zur Argumentation, zur Toleranz, zum Respekt, was ja alles Begriffe sind, die gerade auch in der christlich-demokratischen Union immer wieder hochgehalten werden. Sie müssen gelebt werden. Das hat uns Max Otte gerade deutlich gesagt. Ich danke Ihnen für das Zuschauen und sage Ihnen allen eine gute, gesegnete Zeit. Ihr Martin Lohmann Ich danke Ihnen für das Zuschauen.